Hey Leute, willkommen zu einer Runde Survival Games, nach mal langer Zeit mal wieder, ne? Gut, ich denke, es geht sogar jetzt schon los, also gibt es doch kein Kartier an dieser Stelle. Es gab ja echt lang kein Video mehr von mir, aber es liegt dran, dass ich echt keine Zeit oder keine Lust hatte. Ich bin halt jetzt auf Late sind, wenn ihr das überhaupt kennt, das macht einfach total funk. Und da hab ich auch ein steilen Schwert, dann renne ich jetzt mal weg. Es kann sein, dass es ein bisschen lag, mein PC macht ganz zur Zeit diese komischen Geräusche auf Erden, ne? Also, er vibriert einfach, den kann man als Gebrater beenden. So, ähm, das ist ja auch noch. Die ganze Quali schon runtergestillt, ich sollte schon weiter so ein bisschen durchstellen. Ich dachte, ich hab grad echt Image bekommen, also. Ähm, ja, warum jetzt ist ja echt kein Video kam, das liegt daran, dass ich keine Zeit hatte. Oder keine Lust, ist ja auch eigentlich ziemlich egal. Das sieht schon gut aus, wenn man alle auslögt. Ähm, die letzte zur Wahlbegehensfolge kam ziemlich gut an, also gut für meine Verhältnisse. Ähm, 10-1, also 10 Likes, ein Dislike. Ich weiß ja, ob das ein Dislike war, ein Freund von mir, aber ist auch kacke gegangen. Ähm, ich hab' ich grad was nicht geschmissen. Bin ich eigentlich grad ein bisschen paranoid, oder was? Ähm, ja, ich würd' mal sagen, wir suchen noch ein paar Gegner an. Wir machen ja auch wieder Cuts. Bis gleich, jetzt wird sich doch zu langweilig. Da ist einer. Komm her. Ich rassier dich alle. Nein, oder du rassierst mich. Pfff. Ich bin aber direkt, wo sie anziehen. Irgendwie ist es schon in der Nacht, oder? Gut, ja. Arme, Arme. Gut. Wir haben grad hinten. Wow. Ja, komm, dann holen wir uns auch. Komm her. Komm, der Gott ist schlecht. Als ob das One-Hit macht. Was ist denn los mit dem Server hier? Alles klar, es macht einfach One-Hit. Ja gut, Leute, dann würd' ich auch sagen, tschüss, ne? Äh, okay, wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis! In der Runde, ähm, ich bin auch ein bisschen krank. Ich hoffe, man hört das nicht ganz so krass aus. Und ich hab, ich bin einfach grad ein bisschen kaputt, weil, irgendwie, Team-Team-Roll-Hit-All-Hit. Ich war ja nicht mal schlecht equipped. Ah, nein, jetzt hab ich immer gescheit bekommen. Wollte ich jetzt ein bisschen schümmeln? Okay, muss er mal sagen, ne? Aber ich glaub, die Runde, ich will gerne eine Runde gewinnen. Das ist... ...bitte nichts. Erkenntnis hab ich besser. Oh, muss auch noch ne Kiste. Weil, die einen hab ich ein bisschen gerecht, also, muss man ja mal sagen. Ich hab' die Kombo gegeben und dann hab' ich auch noch mit den T-Team weggeballert, ey. Ich dachte, mein' ich schweiß weiß. Aber gut, das war gerade in der letzten Runde, jetzt in seiner neuen Runde. Ja, der hat steinschwert, ich weiß nicht, ich soll das mal ane. Komm, ich bin, ich bin xx. Hinter dir kommt einer PvP. Das sind die aber Teamer, oder? Da sind das keine Teamer, oder? Ja, der kommt zu mir, der kommt zu mir. Ich hab' Angst, er hat zu mir kommt und Frieden zeigt. Okay. Tut es mich sowieso, oder? Tut es mich sowieso. Tut es mich sowieso. Ja, ich wusste nicht. Ich hab' ihn low. Kack'nuch. Eine Axt. Woher riecht ich den jetzt, oder? Schau' ich das? Oh, das lag' grad' viel zu krass. Mein Plex. Mein Plex, please. Mein Plex, please. Ich muss sagen, mein Plex lag' auch öfters. Alter, wie kann man denn sein? Team machen, wenn ich angreifende Reister haben. Ach ja, das gibt's doch nicht. Ich muss auch noch einer. Und so weiter weg. Es tut mir echt leid, wenn's echt öfters lag't. Ich kann halt zu nichts machen, wenn ich so... Wenn ich auf Revi aufnehme, kack' ich ganze Zeit. Und der hatte Hext. Wahrscheinlich hatte er Hext, oder? Ach, du Scheiße, Alter. Und das kann doch gar nicht anders sein. Aber Leute, ich muss natürlich sagen, mein Plex lag' ziemlich. Ähm, hier. Manfix lag' ziemlich, das würd' ich sagen. Und bei Revi verkack' ich immer. Traurig. Aber gut, wie... So, Leute, da sind wir wieder in der Runde. Ähm, da hab ich letztens auch ne... Äh, auch ne... Letztens, wo ich nach Schalich herrinnen kann zu können, oder? Ähm... Alter, einmal durch den Tee gewonnen hätte geworden. Und dann war ja da... Hecker, Alter. Was ist denn los mit der Welt hier? Warum hack'n die Leute? Warum waren da grad zwei Schwerter drin, auf einmal sind das Hexte? Was ist los hier? Aber ich find' das ziemlich unnötig, das hack'n. Und wie gesagt, ich komm' nochmal auf den Thema zurück mit, äh, my Plex lag'n. Das ist immer nicht ernst, my Plex lag'n. Das zieh'n nicht. Also mit Aufnahme, mit Aufnahme. So, und ich bin wirklich schick'n. Aber es lag'n. Und... Das macht denen einfach gar keinen Spaß. Letzt'n nicht so. Ah! Ich hoffe, ich versteh', was ich meine. Auf geht, wie verkack' ich denn immer? Da mach' ich gar keine Kills, aber dafür lag'n sie. Wenn die alles nicht so gute Player sind, außer die Hexte. Wenn man einmal kommt, wurde es schon zuhause. Die können jetzt vier extra werfen, aber das ist klar, wie die Ahlm war wieder. Und, äh... Wahrscheinlich will ich die Tuch machen, wenn ich jetzt nur noch weg. Können wir die Tuch abbauen. Mal. Der hat keine Kiste. Oh, heißt'n, Alter. Ja, wahrscheinlich haben alle Hex. Als ob der so eine Wayne schallt. Entweder hat der einer Ping oder zwei oder der hat einfach Hex. Leute, ich lasse es euch heute sagen, ich bin einfach ziemlich müde und kaputt Ich schneide hier ein bisschen raus und hoffe, ich gefällt das Video Und wir sind es nächstes Mal und ich freue mich wirklich auf eine positive Bewertung Denn das letzte Video ist so gut angekommen Und mein Verhältnis natürlich wieder Ja, gut, dann sage ich jetzt mal tschüss und noch viel Spaß euch bei irgendwas mehr Bye